Hallo liebe Brauchfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, steht Weihnachten vor der Tür und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein besonderes Bier. Wir brauen zusammen ein Honigbier. Bis gleich. Ja, wie gesagt, möchte ich mit euch ein Honigbier brauen. Und natürlich ist es eigentlich kein klassisches Bier. Wir haben in einem der letzten Videos, ich verlinke es euch vielleicht noch, wenn ich es nicht vergesse, haben wir das Obamas Honey Egg gemacht. Da war ja ein klassischer Brauchprozess mit Malz, mit Hopfeln und der Honig kam zum Schluss nur noch mit dazu. Man hat da ein bisschen Malz gespart und hat dann eben durch den Zucker von dem Honig da noch was zugegeben. Wir haben das Bier, habe ich auch verkostet, da ist ein bisschen Honiggeschmack drin, er verliert sich aber relativ schnell schon wieder. Und ich habe jetzt auch über den Zeitraum und der Brauchprozess, wo es fortgeschritten ist, ein bisschen schon den Honiggeschmack vermisst. Und dann habe ich gedacht, ja, was wäre denn, wenn ich mal ein reines Honigbier mache. Also es gibt ja Honigmeat, kennt ihr auch, was ist das von den Urzeiten, was die Wikinger früher immer so, oder Honigwein, was die dann immer so getrunken haben, was so die ersten eigentlich alkoholischen Getränke auch waren. Genau, dann habe ich mich mal im Internet ein bisschen schlau gemacht und bin über einige Rezepte drüber gestolpert und bin zu dem Schluss gekommen, ich möchte mal das Malz komplett weglassen. Daher natürlich schwierig, Reinheitsgebot etc. Aber wie immer, ich bin Hobbybrauer, ich mache das nicht beruhig, ich mache das für mich, für meine Freunde und experimentiere da gerne und deswegen ist es da kein Problem. Man darf es nicht unbedingt Bier nennen, kann man sich auch drum streiten, ich möchte es nicht vermarkten. Von daher ist es bei mir einfach ein Honigbier. Genau, was braucht man für das Honigbier? Natürlich brauchen wir dazu Honig. Ich habe hier jetzt Glütenhonig von einem Freund, von Thomas, mir organisiert, beziehungsweise gekauft, regulär. Habe absichtlich keinen günstigen Discounterhonig genommen, sondern schon einen hochwertigen Honig. Ich verspreche mir davon, dass wir nachher auch mehr Geschmack haben. Wie es dann herauskommt, und ich weiß es nicht, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Deswegen werde ich jetzt auch bei dieser Geschichte erstmal nur 10 Liter machen. Das ist auch schon viel, aber wenn es dann wirklich nichts ist, dann ist es nicht unbedingt schlimm. Das sind halt 10 Liter Bier, oder Bier wird es eigentlich werden, davon gehe ich aus. Aber dann sind es halt nur 10 Liter, die kaputt sind. Und ich habe ja hier jetzt schon 1,5 Kilo Honig. Das ist ja schon ein Wort. Jeder weiß, was Honig mittlerweile kostet. Ist das jetzt nicht unbedingt das Bier, wo ich jetzt sage, ja, das kann ich dann nachher mit einem Standardbier im normalen Bereich vergleichen. Das kann ich natürlich nicht, weil so ein Glas Honig, ich müsste jetzt lügen, auch um die 10 Euro, wenn man so bei einem normalen Standard-Inkurs seines Vertrauens das einkauft, bin ich mit Sicherheit bei einem Blütenhonig bei 10 Euro, oder so, wenn ich in Waldronig oder so nehme, hat man schon noch deutlich höher. Aber es ist natürlich ein Qualitätsprodukt. Und ich finde es auch toll, dass die Leute, dass es noch Leute gibt, die das machen, das noch wirklich betreiben. Weil ich bin auch kein Fan von einem Industriehonig. Und ein bisschen Handwerke müssen wir uns ja auch noch beibehalten. Genau. Als Hefe habe ich dann hier eine Flüssighefe, die Independence mir einfach ausgesucht. Ja, hatte jetzt keinen speziellen Grund. Ist eine Hefe, ist eine Standardhefe, die eigentlich mit allem so zurechtkommt, die ich dann eben auch so bei 22 Grad vergären kann. Das ist so die Raumtemperatur, die ich habe, weil ich jetzt nicht unbedingt dafür die Kühlung anschmeißen wollte. Dann habe ich mir gedacht, den Lemon Drop, das ist für mich, ich finde es ein relativ toller Hopfen. Den möchte ich dafür verwenden. Und ich verwende dann eben 9 Liter klares Wasser. Da werden wir jetzt quasi erst mal 10 Gramm eine Stunde lang drin kochen. Dann kurz vor Kochende werden wir noch mal 20 Gramm drin auflösen. Und dieses Aroma, dieses Zytrusmäßige, dann noch ein bisschen rauszukitzeln. Dann werde ich den Kocher abstellen. Ich werde das ein bisschen abkühlen lassen. Und dann werde ich den Honig zugeben, das unterrühren. Und dann werde ich auch noch mal was ganz Verrücktes machen. Ich werde es diesmal innen umfüllen. Ich werde es nicht runterkühlen, sondern ich werde es einfach umfüllen. Ich werde es über Nacht runterkühlen lassen. Auf die 20 Grad oder 22 Grad Anstalttemperaturen werde ich die Hefe erst morgen zugeben. Deswegen ein bisschen experimentieren, ein bisschen experimentierfreudig bin ich gerade. Nichtsdestotrotz, ich baue die Kamera angeschwitten, um das wir zum Kochtopf sehen. Und dann seid ihr gleich wieder mit dabei. So, da sind wir wieder. Wie es halt so ist, vor lauter Mütze wieder mal vergessen, das Mikro einzustecken. Deswegen hoffe ich, dass der Ton ab hier jetzt besser ist. Und dass man mich einigermaßen dann im restlichen Video verstanden hat. Ja, die in meinen Videos regelmäßig gucken, wissen, ich und Mikro oder Ton immer wieder Probleme. Aber vielleicht habe ich irgendwo mal eine Lösung, dass ich es auch wirklich hinkriege. Gut, nichtsdestotrotz, hier kocht es. 10 Gramm Lemon Drop Hopfen. Da reingeben. Ja, das riecht schon richtig toll. Genau. Die, die wir jetzt am Anfang reingegeben haben, die ist noch auf eine Schimmer für die Bittere gedacht. Den Hopfen, den wir dann kurz vor Kochende reingeben, der ist dann dazu gedacht, dass wir noch ein bisschen den Geschmack aus dem Hopfen kriegen. Genau. Das Ganze kocht jetzt eine Stunde. Guck hier mal auf die Uhr. Und dann hole ich euch wieder mit hinzu, wenn es darum geht, dass wir den Honig zugeben. Bis dann. So, da sind wir wieder. Der Sud hat jetzt eine Stunde lang gekocht. Ich habe hier jetzt die weiteren 20 Gramm Lemon Drop, die ich jetzt hier noch zugeben werde. So, und ich lasse das Ganze jetzt nicht einfach noch kochen, während ich jetzt noch den Honig zugebe. Ich werde dann nachher noch versuchen, die Gläser noch ein bisschen auszuspülen. Der Klassiker. Da brauche ich wohl was, um das da rauszuholen. Tja, wie es dann so ist, bin ich natürlich jetzt darauf nicht vorbereitet gewesen. Aber ich denke, damit dürfte es auch gehen. Und dann macht es natürlich Sinn, die Gläser, wenn der Honig so fest ist, dann danach auch noch auszuspülen. Muss ich gerade mal schauen. Ich muss mal gucken, ob ich wahrscheinlich irgendwo eine Schöpfkelle vielleicht habe. Soll ich da ein bisschen was von dem warmen Wasser rein? Ich meine, das dürfte jedem bekannt sein, dass im Prinzip, wenn man mit Wärme und Honig, dass das sich löst. Vielleicht hätte ich den Honig einfach vorher in warmem Wasser nochmal anlösen sollen. Aber ich habe den ja die letzten Tage auch gegessen. Da war er eigentlich recht flüssig. Das waren jetzt Gläser, die ich natürlich schon ein bisschen gelagert hatte. Was passiert dann bei dem Honig? Das ist auch nochmal eine interessante Sache, die ich vielleicht mal an Thomas fragen müsste. Wie man es eigentlich schafft, dass der Honig flüssig bleibt? So, jetzt haben wir das Gräupte mal da reingerührt. Auf die Seite stellen. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen einen Schöpflöffel. Natürlich müssen wir jetzt wieder aufpassen, wir haben hier heiße Flüssigkeit. Wisst ihr, nicht, dass wir uns die Flossen verbrennen. Ich fülle das jetzt einfach mal da rein. In der Hoffnung, dass ich das damit gelöst kriege. Ansonsten haue ich da jetzt gleich nochmal was rum. Ich weiß gar nicht. Dicht sind die Deckel, ne? Ich versuche das jetzt mal mit dem Schütteln hier ein bisschen zu lösen. Ja, da ist immer noch massig drin. Wir können nochmal einen Schöpfer rausnehmen. Ja, also für euch, wenn ihr es nachbrauen wollt, wenn ihr so Honig habt, guckt ihn euch vorher an, ob er vielleicht schon fest ist. Dann einfach mit dem Glas komplett in warmes Wasser stellen. Ich glaube, 30 Grad reicht er aus. Dann wird er wieder flüssig, dann kriegt man auch leicht aus dem Glas. Dann habt ihr jetzt nicht so ein Geschüttelter wie ich. Wobei das natürlich auch geht. Ich meine, wir sind hier noch auf Kochtemperatur. Da brauche ich mir mit einer Infektion jetzt noch keine Gedanken machen. Der Honig an sich selber zählt ja auch als desinfizierend. Ich gebe das jetzt gleich mal raus. Gleich mal nochmal warm rein. Genau, so ist es halt jetzt ein bisschen mühseliger. Aber geht genauso. Jetzt werden die Gläser ein bisschen warm. Ich gucke gerade nochmal, ob ich irgendwas finde. Ja, ich habe jetzt tatsächlich nichts da. Wie einen kleinen Löffel oder so, wo ich das unten raus machen könnte. Dass man da schön in die Ecken kommt. Aber so geht es glaube ich auch. Ja, das fühlt sich schon ganz gut an. Noch einmal einen Schopflöffel rein. Ja, das ist schon schwer. Ja, da braucht nichts mehr rein. Das ist sauber soweit. Hier nochmal was rein. Das ist dann auch soweit sauber. So. Damit haben wir den ganzen Honig jetzt da drin. Stell das Ganze jetzt ab. Dann werde ich es tatsächlich so, wie es jetzt schon ist, in den Eimer ablassen. Und dann hole ich euch gleich wieder mit dazu. So. Ich habe jetzt hier mal geschwindet umgebaut und habe hier meinen desinfizierten Eimer drunter gestaltet. Das kennt ihr, das ist mein Mikrofilter, den ich eigentlich immer gern verwende. Zusätzlich zum Whirlpool. Hier verzichte ich jetzt nicht auf den Whirlpool, weil da eigentlich nicht viel drin ist. Ich werde es jetzt nochmal ein bisschen anrühren, dass ich ja wirklich sicher bin, dass der ganze Honig sich auch wirklich gelöst hat. Und ja, werde das alles in den Eimer lassen. Geht es mal davon aus, dadurch, dass wir eigentlich nicht viel Hopfen drin haben. Und auch sonst keine Bestandteile, die jetzt in den Filter verstopfen könnten. Dass wir da relativ zügig durch sind. Also mehr soll es dann auch gar nicht mehr heute werden. Ich werde mir nachher noch eine Probe nehmen, werde dann den Platowert bestimmen. Den seht ihr dann im nächsten Video. Auch die Hefe werde ich erst morgen zugeben. Ich werde das dann über Nacht abkühlen lassen. Also nicht wie ich es normalerweise mache, dass ich es mit meiner Wärmetauscher dann eben runterkühle. Schon auf Anstelltemperatur und gleich anstelle, sondern ich werde dann das morgen einstellen. Hat auch einen Mitgrund, dadurch, dass die Hefe heute erst gekommen ist, möchte ich die natürlich auch noch an die Raumtemperatur gewöhnen und eben den Ball, den Starter da innen drin entsprechend noch aktivieren, damit die Hefe dann morgen wirklich reaktiv ist. Und wenn ich hier dann die Anstelltemperatur erreicht habe morgen, also ich denke, dass es über Nacht dauert, mal schauen, vielleicht stelle ich es ja wirklich nach draußen. Wir haben ja aktuell Winter. Dann geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Täuscht euch da aber nicht, wenn ihr das rausstellt und meint, ihr habt draußen Minusgrad oder es ist vielleicht sogar Schnee da. Und ich stelle es in Schnee und es geht dann super schnell. Es dauert doch eine ganz schöne Zeit, bis es runtergekühlt ist. Genau, das soll es dann von meiner Seite für heute dann auch schon gewesen sein. Ich lasse den Sud hier runterlaufen. Und für mich, jetzt merke ich es gerade, heißt es dann nur noch, euch schöne Weihnachten zu wünschen. Und natürlich Besinnlichkeit mit eurer Familie. Feiert schön, genießt die Zeit mit eurer Familie, genießt die freie Zeit. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt über das neue Jahr hin nach frei. Und hoffentlich fällt auch die Bescherung nach euren Wünschen aus. Ich gehe jetzt gleich noch zum heiligen Vormittag. Vielleicht treffe ich den einen oder anderen ja noch. Und dann bleibt es mir noch für den Rest, der es vielleicht erst später sieht, das Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis bald! Und dann bleibt es mir noch ein paar Minuten. Bis bald!